Hallo, hier ist naruto1986. Herzlich Willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney Part 54. Jetzt gehts weiter, wo wir aufgehört haben und los gehts. Capcom. Ladevorgang. Gut. Ich muss das erklären. Ich frage mich, warum der Bootsverleiher den Brief nicht mitgenommen hat. Er muss das Alldick gehabt haben, oder er... Ah, tut mal. Ja, weil sie da ist, habe ich gedacht, das ist jetzt sowieso... Äh, sorry. Er muss es eilig gehabt haben, oder er ist seit dem Prozess nicht mehr hier gewesen. Vielleicht sollte ich mich von... äh, mich um Polly kümmern, Nick. Du solltest sie vielleicht nicht einfach so mitnehmen. Die Polizei weiß doch über sie Bescheid. Ich bin sicher, dass die schon für sie sorgen. Nun, okay. Äh, nun okay. Tut mir leid, Polly. Er sagt, ich darf dich nicht mitnehmen. Na toll, jetzt wird mich dieser Vogel hassen. Hehehe. Alles klar, gut. Dann bewegen wir uns mal Bootsverleiher raus. Bewegen. Als nächstes bewegen wir uns zum... Ja, Strafanstalt. So. Ja. Genau. Dann bewegen wir uns von da aus zur Strafanstalt. Hm. So. So. Nein. Jetzt nicht. 27. Dezember. Strafanstalt. Besucherraum. Hm. Sie sehen grimmig aus. Wie immer. Hm. 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 Herr Edgeworth, ich kenne inzwischen die Geschichte von Klassengericht. Von Klassengericht. Klassengericht? Was meinen Sie? Hm. Hm. Sie erinnern sich nicht mehr daran. Äh, nein, tue ich nicht. Ihr Essensgeld wurde doch gestohlen, oder? In der vierten Klasse. Essensgeld. Oh, richtig. Ja, ich glaube, ich erinnere mich da an was. Nick, bist du wohl der Einzige, der sich richtig erinnert? Wahrscheinlich, weil es nur mit mir richtig viel bedeutet. Herr Edgeworth, wussten Sie das nicht? Dieses Gericht war der Grund dafür, dass Nick Strafverteidiger wurde. Hm. Lächerlich. Mann, danke. Das heißt, er hört sich wie alle an, was sie tun. Sie haben sich kein bisschen verändert. Nicht wahr, Wright? Ist so einfach, zu einfach. Also, vielleicht ja, aber ich glaube, sie haben sich zu sehr verändert, Edgeworth. Hm. Vielleicht. Okay, dann wollen wir erst mal mit dir reden. Warum Staatsanwalt? Hey, Edgeworth, warum sind Sie überhaupt Staatsanwalt geworden? Sie hatten zu Ihrem Vater aufgeblickt. Sie wollten immer Strafverteidiger werden. Hm. Okay. Ich konnte mich der Realität nicht so verschließen, wie Sie. Wie meinen Sie das? Mein Vater wurde mir genommen und das verlangen Sie, dass ich Verbrechen verteidige? Es tut mir leid, Wright, aber so ein herzensguter Mensch bin ich nicht. Damals wurde ein Verdächtiger festgenommen, der Ihrem Vater ermordet haben soll, richtig? Ja. Es war der Mann, der mit meinem Vater im Fahrstuhl stecken blieb. Sein Name war Jung... Jani Yogi. Natürlich nicht. Damit mit... Nein. Das war er nicht. Damit meine ich natürlich, er hat ihn nicht getötet. Er war mit ihm im Fahrstuhl, aber er hat ihn nicht getötet. Der Schuss kam von draußen. Es war Manfred von Kammer, wo ihn getötet hat. Er schoss meinem Vater, egal wie es hieß, drehen und wenden. Nein. Hat er nicht getan. Aber er kam davon. Der Verteidiger boxte ihn raus. Ganz klar, natürlich. Warum auch wohl? Mit gutem Recht. Weil er es ja nicht war. Er hatte keinen Mord begangen. Das war man. 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 Manfred von Kammer. Das war Robert Hammond. An jeden Tag vor 15 Jahren. Waren wir drei, fünf Stunden lang in diesem Fahrstuhl gefangen. Als man uns rettet, gitten wir an Sauerstoffmangel. An der Mord konnte ich mich nicht erinnern. Keine Erinnerung. Selbst heute kann ich mich nicht daran erinnern, was in dem Fahrstuhl passiert ist. Na siehst du, deswegen kannst du nicht einfach sagen, er war's. Wie du selber sagst, nur Beweise zählen. Das war der zentrale Punkt in der Augenargumentation von Yogis Anwalt. Er behauptete, vegane Yogis sei durch den Sauerstoffmangel nicht bei Sinn gewesen. Yogi wurde aus Mangel an Beweisen wieder entlassen. Unschuldig. Was ja auch stimmt. Da habe ich meine Meinung geändert. Ich begann, den Strafverteidiger zu hassen. Ankläger von Karma. Wie ist ihr Verhältnis zu von Karma? Er ist mein Mentor und ein Mann, der großen Respekt verdient. Das glaubst nur du. Du wirst später anders darüber denken, wenn du weißt, was du in der Wahrheit kennst. Edgeworth. Er hat mir all meine Verhandlungstaktiken beigebracht. Wer ist das, was meine Schwester für dich war, Nick? Perfekt. Er ist Perfektionist in allen Belangen. Vor Gericht, im Privatleben. Er ist besser davon als perfekt zu machen. Perfekt, hm? Kein Fall, den er angenommen hat, blieb ungelöst. Und nicht ein Verdächtiger wurde freigesprochen. Jemals. Aber. Aber. Das ist. Ich weiß. Es ist möglich, dass ein paar der Verdächtigen unschuldig waren. Aber es ist unmöglich für uns, das in jedem Fall eindeutig herauszufinden. Von Karma macht nur seinen Job. Er bringt Verdächtige hinter Gittern. Perfekt. Ja, toll. Auch wenn es unschuldige sind. Das ist ein kleiner, mieser Dreh... Punkt, Punkt. Ihr wisst, was ich damit meine. In jedem Fall. Er hat keine Schwäche. Oh, er hat eine Schwäche. Und die habe ich schon rausgekriegt. Und sollte er doch eine bemerken, würde er alles tun, damit sie verschwindet. Hm. Edgeworth. Er hat eine Schwäche. Aber leider kann er diese Schwäche leider nicht verschwinden lassen. Diese Knalltüte von deinem Mentor da. Der Karma. Manfred von Karma. Wenn das, was sie sagen, wahr ist, dann werden sie morgen schuldig besprochen. Er hat recht. Jetzt ist nicht die Zeit, den Gegner zu preisen. Herr Edgeworth. Okay. Hm. Meine Situation ist etwas seltsam. Das muss ich zugeben. In der Tat. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja. Äh. Ja. 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 Ja, Entschuldigung. Aber ich erinnere mich nicht an den Alten, kein bisschen. Also hat er sich an dieser Fried gehalten. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Menschenskinder, was hast du denn gedacht, Klopmeier? Das bedeutet, dass jemand anders dahinter steckt. Jetzt können sie sich an den beiden Männern rächen, die ihr Leben ruiniert haben. Ja, klar. Die Antwort von Karma steckt dahinter. Und das werde ich auch beweisen. Zwei Männer damit sind ich und Robert Hammond gemeint. Wann steht auch dies ist ja letzte Chance. Letzte Chance? Warten Sie, vielleicht. Vielleicht meint er die Verjährung des Falls DL-6. Genau, deswegen muss ich den schon ans Licht, den Fall aufklären und ans Tageslicht bringen, bevor es zu spät ist. Warten Sie. Warten Sie. Dies alte, dieser alte, dieser alte Mann. Was ist denn? Kennen Sie ihn? Yogi. Könnte er Yogi sein? Yogi? Der vernünftige Fall DL-6. Jener Mann, der freigesprochen wurde. Hm, okay. Äh. Sehen wir mal. Hm, okay. Hm, ja. Ja, Yogi war damals ein Gerichtsdiener. Ah, okay. Wir waren rein zufällig in diesem Fahrstuhl vor 15 Jahren. Naja, das wusste ich, dass ein Gerichtsdiener war klar. Woher ich das alles noch weiß, ist klar, weil ich das schon mal, weil ich das jetzt schon öfters, aber schon ein paar Mal auf DS gespielt habe. Daher kenne ich das. Und ich will, Leute, ich will hier auch nicht spoilern und nichts, aber viele, wo Phoenix Wright vielleicht schon vorher schon gespielt haben, auch mal auf DS, die müssten es eigentlich kennen und für die, äh, wissen halt auch, was in dieser Geschichte geschieht. Und ich will hier für niemanden spoilern, die muss nicht kennen. Deswegen, es tut mir dann auch wirklich leid an der Stelle. Hm, ergeblich. Okay, das Erdbeben war unglaublich heftig. Bevor ich wusste, was los war, fiel schon das Licht aus. Wir waren so lange dort eingeschlossen. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Die Luft wurde immer dünner und die Dunkelheit enthüllte uns die, äh, in der kleinen Kabine. Wir wurden unruhig. Hilfe, ich krieg keine Luft. Ruhe, Ruhe, hab ich gesagt. So helfen sie uns kein bisschen. Ich will raus, Hilfe holt sie uns hier raus. Schreien sie nicht so, dass er braucht nur noch mehr Luft. Da, wer recht? An mehr erinnere ich mich nicht. Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus und starrte an die Decke. Okay. Hm. Hm. Man behauptet, dass er durch Sauerstoffmangel und Stress zeitweise die Fassung verloren. Am Ende wurde diese Version angenommen und Yogi wurde gesprochen. Hm. 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 Aber ist das nicht sehr seltsam? In diesem Dreh steht, dass du an Edgeworth Rache nehmen. Warum sollte er es nicht an ihn rächen wollen? Hm. Hm. Right. Ja. In den letzten Tagen hat mich eine Sache durchgehend beschäftigt. Ich wusste nicht, ob ich es Ihnen sagen soll oder nicht. Meinen Sie den Albtraum? Nee. Um einen Albtraum, den ich hatte. Die Erinnerung an einen Verbrecher, das ich begangen habe. Ein Verbrechen, das Sie begangen haben. Die Erinnerung an meinen Mord. Hm. Ich glaube, ich glaube, es ist an der Zeit, alles zu erzählen. Oh, gut. Raus damit. Der Albtraum. Raus damit, alles. Das kann ich gut anführen. Vom Gericht verwenden, wenn das ist. Okay. Okay. In den vergangenen 15 Jahren hatte ich fast jede Nacht einen und denselben Traum. Mhm. Ich wache im Schweiß gebadet auf, jedes Mal. Was ist das für ein Traum? Es ist ein Traum über die Ermordung meines Vaters in der Dunkelheit. Ja. Ich kriege keine Luft mehr. Oh, wo habe ich gesagt. Sie helfen uns kein bisschen. Ich will raus hier. Hilfe holen sie uns hier raus. Scheinen sie nicht so, dass sie nur noch mehr Luft verbraucht. Hm. Ich kriege keine Luft. Sie verbrauchen meine Luft. Was? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen? Ich werde Sie aufhalten. Was? Was tun Sie? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen? Nein. Papa. Er greift Papa an. Dann sehe ich die Pistole zu meiner Füße. Sie war ein Beweisstück aus dem Gericht oder gehörte dem Gerichtsdiener. Hintal hob ich die Trance, hob ich die Pistole auf. Hör auf. Lass meinen Vater in Ruhe. Penn. Wow. Fark. Oh, es verzichten jetzt nur noch nicht so schnell als ich dachte. Ha, geil. Und mit diesem Schrei wache ich auf. Es ist ein markenschütternder Schrei. Und ein Schrei, der seit 15 Jahren in meinen Ohren ertönt. Hm? Aber das ist nur ein Traum, oder? Allein diese Gedanken hält mich seit 15 Jahren bei Sinn. Aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn es wirklich so war? Man sagt, dass manche Menschen Erinnerungen verdrängen zum Selbstschutz. Vielleicht war ich erst, der mein Vater getötete. Nein, du warst es nicht. Das war mein Vater von Karma. Was? Wenn Sie es sich genau überlegen, ergibt das einen Sinn. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth. Stellen Sie sich vor, dass Yogi tatsächlich unschuldig war. Darum wollte er sich an mir rechnen. Fragen Sie, Edgeworth, Sie, Sie meinen. Nein, ich war es. Ich war der Verbrecher im Fall DL-6. Ich erschoss meinen Vater. Das ist schlecht. Nein, das war es sogar nicht. Was machen wir, Nick? Wir, was können wir tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen können. Ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem Fall DL-6 auskennt. Es gibt jemanden, Nick. Es gibt noch jemanden, der sich mit dem DL-6 auskennt. Okay. Dann bewegen wir uns zum Anwaltskanzlei Crossberg. So, der Lee. Jawohl, genau. Das ist witzig. So. Herr Crossberg. Ach, guten Tag. Was ist los? Sie sehen besorgt aus. Gott, ich kann nicht glauben, dass sie nicht besorgt sind. Oh je, oh je. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was passiert. Es ist Herr Herrschwörf, Herr Herrschwurz. Ich verstehe. Herr Schwörf hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Er ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich frage mich. Was? Wenn das so ist, warum sehen Sie beiden dann so besorgt aus? Und nun, bedenken Sie folgendes. Jogi hat einen tiefen Hass gegen Miles Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er ihn wegen Mordes vor Gericht bringen will. Das führt mich zu dem Annahme, dass Herr Edgeworths Traum kein Traum war, sondern die Realität. Wie sie es geahnt haben, wie sie es geahnt haben. Als er schaffte die Pistole, um seinen Vater zu retten. Dabei löste sich ein Schuss. Und Schuss war es passiert. Schon war es passiert. Nein. Das glaube ich nicht. Jogi wurde mit dem Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtssdiener war vorbei. Darum wollte er Rache an Miles Edgeworth. Er war seine letzte Chance. Denn der Verjährung stand kurz bevor. Na also, eigentlich gleich mal mit ihm sollten. Schnurzelbäts hin. So, komm her. Was wissen... Ach Gott, sorry. Was wissen Sie über Edgeworths Vater? Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber es stimmt. Nun, vielleicht gab es jemanden, der ebenwürdig war. Ihr Moment... äh... Mentorin... Ja, kann ich ihn gut verstehen. Ich auch. Das überrascht mich nicht. Von Karma ist extrem für ihn. Sind falsche Aussagen und beweise nichts Besonderes. Das Resultat eines perfekten Siegesbilanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregor Edgeworth auf seine Methode aufmerksam zu machen. Und? Er verlor. Und starb voller Verzweiflung. Ich verstehe. Das Medium. So, als Gregor Edgeworth getötet wurde, wandelt sich die Polizei an ein Medium. Das war ihre Mutter, Misty Faye. So, ich bin Gregor Edgeworth. Ich wurde ermordet. Tja, und jetzt beende ich den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich. Euer Naruto1986. Schreibt mir wieder in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Danke, bis gleich.